Das ist Marlene. Marlene ist eine leidenschaftliche Heimwerkerin und zu Hause gibt es nichts, was sie nicht schon repariert, abgeschliffen oder restauriert hat. Heute möchte Marlene gerne die Wände ihres Wohnzimmers in wunderbaren Pastellfarben streichen. Natürlich hat sie auch dafür genau das richtige Werkzeug parat, ihr neues PFS 5000E. Das stärkste und vielseitigste Sprühsystem seiner Klasse. Da Marlene gerne mal neue Farben in ihr Leben lässt, müssen die alten Farben immer gut abgedeckt werden. Mit dem PFS 5000E kein Problem, da sich dank des leistungsstarken Motors sowohl Lacke und Lasuren als auch Wandfarben verarbeiten lassen. Das Basisteil lässt sich problemlos wie ein Staubsauger hinterherziehen und gibt Marlene mit dem 4 Meter langen Luftschlauch viel Bewegungsspielraum. Die Sprühpistole verteilt die Farbe effektiv und zuverlässig in alle Ecken und Winkel. So lässt sich die Wand ganz leicht und schnell streichen, auch über Kopf. Ist das nicht wunderbar geworden? Für heute ist Marlene zufrieden und ist so schnell fertig geworden, dass noch Zeit für weitere Ideen für ihr neues, buntes Wohnzimmer bleibt. Sprühen statt streichen. Sauber, gründlich und kinderleicht. Mit den Farbsprühsystemen von Bosch. Musik Musik Musik